Ist das schon der Einhalt in der Abwärtsbewegung oder müssen wir mit noch mehr rechnen? Schön, dass ihr da seid. Wir gucken mal, was die Indizes aktuell so tun. So im großen Bild hat sich natürlich nicht viel ergeben, deshalb gucken wir auf Tage und Wochen natürlich jetzt heute nicht schon wieder. Aber im 4-Stunden-Chart sollten wir noch mal das anschauen, was wir gestern mal zeichnerisch hier eingetragen haben, nämlich die Rücksetzerniveaus, wo wir gesagt haben, bis dahin, das wären so erste echte Unterstützung beziehungsweise Vergleichsgrößen, was die Korrektur angeht. Die erste Vergleichsgröße, noch mal zur Erinnerung, das waren quasi diese Größenordnungen. Das heißt, wir hätten sogar noch ein bisschen Platz, wenn es ähnlich groß vonstatten gehen soll. Eigentlich würde ich fast davon ausgehen, dass wir nach diesem Anstieg, dieser Pause, hier eine interne 1, 2, 3, 4, 5 haben und jetzt eigentlich wieder irgendwas in diesem Modus hier kommen sollte, also in dieser Größenordnung, was dann für den unteren Kasten hier spricht. Also ihr seht, ein bisschen Rücksetzer werden wir wahrscheinlich noch zumindest mal erlauben müssen. Ob es das passiert, das müssen wir abwarten, aber das wäre immer noch nicht wirklich ein Killer für die bullische Situation aktuell, sondern einfach nur eine Pause in der Aufwärtsbewegung. Idealerweise sollte die allerdings möglichst korrektiv sein. Wir erinnern uns, dreiwellig ist dabei ein gutes Zeichen. Was wir hier im 4-Stunden-Chart sehen, das macht noch nicht so richtig einen dreiwelligen Eindruck. Deshalb, best guess, dass das Ganze vielleicht irgendwie so abläuft. Das wäre etwas, wo man sagen würde, ah, okay, jetzt erkenne ich die dreiwellige Struktur. Das heißt nicht notwendigerweise, dass man da unten wieder blind einsteigen sollte, denn das werden wir dann erst mal sehen müssen, ob der Kurs, also die Marktteilnehmer, tatsächlich dann wieder bereit sind zu kaufen, ob sie dann sagen, okay, jetzt haben wir es gesehen, jetzt können wir wieder, wir sind guten Mutes. Oder ob man sagt, wir hätten hier eine Unterstützung, aber wir wollen die Chance für den Dreh nach oben nicht ergreifen. Im Moment, wie gesagt, bin ich durchaus weiterhin im bullischen Modus. Ich sehe jetzt noch nicht die Notwendigkeit, sofort Trübsal hier zu blasen, aber passieren kann das natürlich. Genaues wissen wir, wenn der Kurs hier hinfällt. Dementsprechend, wer ein bisschen vorsichtig sein will, immer möglichst schnell Gewinne mitnimmt, der hat das wahrscheinlich schon getan. Stichwort hier Parabolic, super Trend. Einfach, um möglichst viel der Aufwärtsbewegung mitzunehmen, um dann eben gegebenenfalls wieder einzusteigen, wenn es dann notwendig ist. Wer etwas größer gedanklich unterwegs ist, der sollte seinen Stop auf jeden Fall eher unterhalb diesem Bereich legen. Hier vielleicht, das ist jetzt eine Größenordnung, 13.800, damit man hier ein bisschen safe ist, denn das ist ja nur ein ungefähres Angebot, wo der Kurs dreht. Das ist jetzt nicht Millimeter genau. Also irgendwas bis dahin ist alles noch erstmal völlig in Ordnung, auch für eine Korrektur. Also, immer noch bullischer Modus. Wie sieht das Intraday aus? Naja, im Moment geht es tendenziell nach oben. Das ist die letzte Tiefbewegung von heute, wann ist es gewesen? Nacht, also sehr früh morgens, europäische Zeit, der Kurs nach oben gelaufen. Allerdings, ihr seht das wahrscheinlich selber, so 100% überzeugen sie das ehrlich gesagt auch noch nicht so aus. Mit den vielen, vielen, vielen Rücksetzern spricht vieles dafür, dass die Marktteilnehmer ein bisschen Sorgen haben, ob das wirklich schon der Anstieg sein sollte. Also, ich muss sagen, im Kurzfristigen sehe ich mich jetzt nicht berufen, hier einen Intraday Trade auf der Lungen Seite als besonders attraktiv zu finden. Gut, wir bleiben also ein bisschen alarmiert. Es kann böse werden, aber es sieht im Moment nicht danach aus. Also, insofern abwarten bis zu diesen genannten Marken scheint durchaus attraktiv oder sinnvoll zu sein. Sagen wir es mal so, attraktiv weiß ich nicht, aber zumindest mal sinnvoll zu sein. Beim S&P 500, hier ebenfalls der Future, haben wir ja immer noch die Zone nicht abgearbeitet hier. Die muss nicht erreicht werden, aber der DAX hat es ja schon mal vorgemacht. Naja, am Ende macht er es dann doch regelmäßig wieder. Die Chance wäre auf jeden Fall da, 4080 nochmal zu sehen, irgendwie was in der Richtung. Allerdings, wir sind zwar in der Abwärtsbewegung hier. Noch, würde ich allerdings sagen, ist das, was wir hier haben nach diesem jüngsten Anstieg und dieser Geschichte durchaus auch in der Lage, ein bullisches Bild zu werden. Das hängt jetzt davon ab, ob diese Abwärtsbewegung, ob die sich irgendwie eher so gestalten wird. Das wäre dann vielleicht so ein bisschen pandormäßig zu dem, was wir beim Nasdaq haben. Dann wäre das spätestens an der Stelle, vielleicht sogar intraday, sogar nochmal eine Long-Überlegung, wenn er die Zwischenhochs dann rausnimmt. Nur wenn er natürlich tiefer und tiefer hier geht, dann, also in die Nähe dieser Zone kommt hier, also ich sage mal so ungefähr 4.140, dann wird das immer weniger realistisch mit dem Aufwärtsbild. Na, realistisch ist blödes Wort. Immer weniger wahrscheinlich. Realistisch ist es natürlich, möglich ist es, aber es ist halt deutlich weniger wahrscheinlich und dementsprechend dann nicht mehr mein bevorzugtes Bild. Sprich, die Abwärtsseite wäre dann mit Erwartungshaltung, dass wir in die genannte Box hier 4.080, für 3.980 hier in etwa nochmal reinlaufen dürften. Beim Dow Jones gucken wir uns das ebenfalls nochmal an, hier im 4-Stunden-Chart. Aber wir haben es hinlänglich gesagt, da hat sich nicht so arg viel geändert hier aktuell. Also der Schub nach oben, die mögliche Korrektur nach unten. Schauen wir uns das hier ein bisschen genauer mal an. Dann hat man die Vermutung, dass seitdem tief. Das Tief ist eigentlich gar nicht so schlecht hier. Also das Tief hier, seitdem tief. Also wir hatten hier diese Aufwärtsbewegung und dieses Tief hier liegt immerhin, also es liegt zwar unterhalb meiner Lieblingskiste, also Lieblingskiste deshalb, weil da die Wahrscheinlichkeiten für den Dreh relativ hoch sind. Er ist ja tiefer gegangen, das ist noch nicht schlimm. Er ist immer noch über der 78.6er Marke, also insofern wären nach wie vor so ungefähr die Zone hier bei 4.000, 4.000 sei schon, 33.100, um Himmels willen. Das hier, oder von mir aus auch noch 33.070 hier. Also die Hochs vom 31. März, März sei schon Mai. Oh Gott, guck hin, dann sieht man es. 30. Mai, 31. Mai, diese beiden Zwischenhochs wären dann mögliche Trigger, die dafür durchaus geeignet sind. Theoretisch hätte man hier durchaus ebenfalls schon im 15-Minuten-Schadentrigger gehabt. Der wäre allerdings nicht gut gegangen, das will ich gar nicht verheimlichen, denn ich will euch nicht einsuggerieren, dass dieses Verfahren immer die besten Ergebnisse hat, immer nur vorteilhaft ist. Und ich möchte euch zeigen, dass es auch regelmäßig nicht funktioniert. Nicht um euch zu entmutigen, sondern im Gegenteil, um euch den Mut zuzusprechen, wenn ihr sagt, ich habe es gesehen und dann ist es hier wackelig runter und ich bin jetzt hier long gegangen. Das ist vielleicht ein bisschen blöd vom CRV, vom Chance-Risiko-Verhältnis. Patternmäßig allerdings durchaus eine Long-Überlegung wert an der Stelle. Dann ist man hier reingegangen irgendwo und dann hat der Kurs gedreht und man hat dann eben relativ klar ein Minus gemacht, wo auch immer das ist. Entweder Initial, dann ist man hier wahrscheinlich rausgeflogen oder aber man hat vielleicht irgendwie nachgezogen hier von mir aus dem Supertrend. Dann ist man hier rausgeflogen, dann war der Verlust nicht ganz so groß und nicht ganz so schlimm. Aber ich will euch damit zeigen, es ist mitnichten immer ein Gewinn-Trade. Das muss es allerdings auch nicht sein, denn die Erwartungshaltung ist ja, dass wir vielleicht dann eben irgendwie so eine Risikogröße hier haben und dann möglicherweise so eine Gewinngröße. Das war jetzt hier bei diesem konkreten Trade zumindest bis zum Mindesziel nicht so attraktiv, weil der Einstieg hier relativ hoch war gegenüber hier. Ich kann das mal einmal ganz kurz nochmal zeigen, wie man sowas misst. Ich mache mal die Zeichnung weg. Das wäre ja von der Zielseite eigentlich das, was wir vorne haben. Ausgehend von diesem Tief hier nochmal. Dann haben wir hier dieses Zwischenhoch. Und der Stop, zumindest so wie wir den legen, ihr könntet natürlich nach anderen Kriterien machen, ist initial unter diesem Punkt. Das machen wir aber so nicht, sondern bis zum Einstieg gemessen. Und dann die 78er Marke, das heißt der initiale Stop liegt dafür hier. Und deshalb ist der Trade nicht so toll und für uns jetzt auch keine schöne Situation für den Handel zum Umsetzen. Denn das wäre meine Risikoweite und das wäre meine Gewinnweite. Jetzt ist meine Trefferquote wahrscheinlich über 50-50. Aber wenn sie nur bei 60-40 liegt beispielsweise, dann kommt da nicht so arg viel rum. Also das ist mir nicht groß genug der Unterschied. Trotzdem das reine Pattern, auch wenn es nicht effizient lohnenswert war, das reine Pattern sprach für die Long-Seite und die hat sich hier nicht durchgesetzt. Und wer es wirklich trotzdem versucht hat zu handeln, trotz des nicht so tollen CRVs, der hatte dann die Möglichkeit, immerhin zum Beispiel mit dem Supertrend, das ist ja eine Variante, wie man nachzieht, die wir ganz gerne verwenden, dann wäre man hier rausgeflogen. Das heißt nochmal halbes Risiko. Naja gut, nicht perfekt, aber auch kein Riesendrama. Trotz alledem, mir wichtig, ich will euch zeigen, das klappt nicht immer. Der Charme dieser Idee ist, dass es halt mehrheitlich bessere Ergebnisse liefert, weil das Chance-Risiko-Verhältnis, wenn man das so gestaltet, besser ist. In dem Fall war es nicht besser, also eigentlich keine Trade-Situation. Aber wenn es gute Chance-Risiko-Verhältnis ist, die Trefferquote hinreichend gut dann ja noch sein sollte, dann sind diese Trades in der Summe regelmäßig zielführend. Im Kleinen wie im Großen ebenfalls. Im Großen warten wir noch auf diese Situation. Also aktuell noch nicht so richtig der Burner. Aktuell der Kurs ja sehr stark runtergekommen, also wohl eher nochmal Abwarten angesagt. Ich warte immer noch auf die Long-Richtung. Ich finde sie grundsätzlich die bessere, aber so richtig setzt sie sich aktuell nicht durch. Und deshalb ist da wahrscheinlich noch Zurückhaltung angesagt. Beim DAX ist zumindest beim Index mal schöner Anstieg. Der ist schon mal verheißungsvoll. So eine erste Welle runter. Das gucken wir uns nochmal beim DAX Future an hier. Also wir haben hier natürlich so ein bisschen Nachthandel bedingt mit einer Verlängerung, aber man hat so halbwegs den Eindruck, naja, lass das mal hier ein Fünfweller sein. Also ich vereinfache jetzt mal. Zack, hier war eine Pause. Dann im Nachthandel mit Länge, aber ansonsten Anstieg. Dann hier Pause und das. Das ist eigentlich fünfwellig. Jetzt bräuchten wir was dreiwellig runter. Das, was wir bisher haben, ist zu sehr einwellig. Ich weiß, einige würden jetzt sagen, vielleicht ist das ja schon drei Weller. Finde ich nicht so doll, weil die Größenverhältnisse zu unsymmetrisch sind. Das hat zwei Nachteile. Erstens mal ist es nicht so typisch. Also die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass das der Fall ist. Und das zweite ist, dann wäre das mal ein Einstiegstrigger. Und wenn hier ja das Tief ist, dann ist das Chance-Risiko-Verhältnis nicht ganz so toll. Aber man kann ja noch hoffen, vielleicht ist das ja auch erst der erste Teil der Abwärtsbewegung. Es kommt noch mal eine Aufwärtsbewegung in den nächsten Stunden und anschließend noch mal runter. Dann hätten wir, naja, komm, machen wir es mal groß. Dann hätten wir ja wieder unser Lieblingsszenario, nämlich eigentlich Anstieg, Rücksetzer dort, wo es typisch wäre, wo Entscheidungen gefällt werden für einen Dreh. Okay, das ist in etwa hier, da der erste Teil schon bis hierhin ist, ist meine Vermutung, dass der hintere Teil eher irgendwo hier landen wird. Das ist nur eine Annahme, aber weil der erste Teil ja schon bis zur 50er ist, je nachdem wie hoch das dann geht, wenn es überhaupt hoch geht, das weiß ich nicht, aber wenn es da hoch geht, müssen wir wohl hier mit rechnen. Aber dann wären irgendwo, wo auch immer hier die hoch sind, mögliche Trigger, um dieses Bild hier hinten noch mal zu bekommen. Da müssen wir uns dann ausrechnen, ob das Chance-Risiko-Verhältnis hinreichend gut ist oder ob wir vielleicht auf einer kleineren Ebene nach diesen Pattern gucken und dann entsprechend da noch mal reingehen. Zum Beispiel dann im Laufe des Tages für alle Intraday-Händler und die übergeordnet unterwegs sind. Ein Long-Bild wäre das auf jeden Fall, was wir da haben. Also noch nicht den Kopf in den Sand stecken. Es ist noch alles okay. Auch der Rücksetzer hier, da haben wir drüber gesprochen, hier im 4-Stunden-Chart beim DAX sehen wir, der Rücksetzer, das ist noch völlig in Ordnung. Das hatten wir ja so angedacht, dass das eine relativ realistische Chance ist, dass der Kurs irgendwo da hinläuft. Kann auch noch ein bisschen tiefer gehen. Ganz ausschließend würde ich es nicht. Aber solange das nicht unter die Marken hier 15.500 in etwa fällt, hier diese Kiste 15.350 oder zur Not noch 15.150, das fände ich schon eigentlich relativ weit. Aber solange wir irgendwo da drin bleiben, sind das alles noch mögliche Korrekturen in einer Aufwärtsbewegung. Und je mehr Überschneidungen wir haben, desto wahrscheinlicher ist das Bild. So, jetzt hoffe ich, dass ihr noch nie verzagt seid oder habt, mit der aktuellen Bewegung klarkommt. Ich drücke euch in jedem Fall, egal ob ihr zwischendurch mein Shorty macht oder ob ihr übergeordnet die Long-Seite im Moment fahren wollt. Ich wünsche euch, dass ihr die besten Ergebnisse erzielt, die möglich sind. In diesem Sinne, euch alles Gute und liebe Grüße.